Das war ein Video getroffen, aber natürlich krieg ich nichts, aber ich muss schon mal die Worte. Oh, ich bin jetzt 20 km Worte voll. Ich fick den Husten, Alter. Zack, und noch ein Tricks Kalaretchen, aber die andere kann ich eh nicht aufnehmen, dafür muss ich eine Worte rankoren. Dann machen wir uns natürlich direkt so ein paar Wachs mit, wenn wir noch keine Nahrung für die richtige Nahrung haben. Naja, wenigstens. Aber er bestand. Ist ja logisch. Noch ein Stück. Komm, Gitarapi, Gitarapi. Natürlich, auch Wünsche hört ihr eigentlich, ne? Schlagen. Kann ich hart mit finden. Hier ist nur Polo. Wasser. Das kann ich aber nicht nehmen, weil ich keinen Wassertank hab. Also geht's weiter. Ich denke mal, dass die Hobby, die ich da verloren hab, die wird nicht mehr da sein. Aber was heißt verloren? Gefunden durch die Truhe. Und die wird nicht mehr da sein. Das können wir hier nochmal, aber glaube nicht. IQ Barrier und Karret. Natürlich Geld. Ich kann gucken, ist da hinten wieder eine Truhe. Das ist alles beim Alten. Gehen wir mal da. Wir holen uns wahrscheinlich noch ein paar... Dann haben wir hier ein Pogo und... ...Chillberry. Leck mich. So. Mal gucken, was man hier machen kann. Nichts Besonderes. Okay. Schade. Vielleicht war ja eine Truhe oder so. ...Jumprunner. So. Ich schweiß jetzt mal auf diese Puddleplots. Ich guck mal hier schnell. So. Das sind Booms. Stunning Pods Schicken wir mal ins Jenseits Some therapy Pods Robo, Barret Pink Wollen wir weiter gehen? Nein, komm, verpisst euch Fuck Was muss ich mit dem machen? Was hätte ich mit dem machen? Ist doch keine Ahnung Machen wir da Da haben wir nochmal eine Truhe Da juckt er nicht meine Probleme Schick dich Da haben wir eine Truhe Da juckt den auch herzlich Mein Kollege Geht's mir auf den Sack Firework Okay, ich weiß noch nicht wofür ich jetzt Firework gekriegt habe Aber Ich hab Firework gekriegt Wahrscheinlich die Wahrscheinlich die Slams durch die Gegend Pfeffer So 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 Ist mir egal Das baue ich ja an Statt Das war halt weh Das war halt weh Nein Du fette Schlampe Du fette hässliche Schlampe Vor meinen scheiß Augen Sieht man vor Mein Tricks Augen Finde ich Ist mir schuld Schuld auch Also was haben wir hier Es lag da Freunde So zu spät bemerkt und zu langsam Klamotten rausgewechselt Da 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 Fick dich Hartbeet Sehr schön Ah Freunde ich hab wieder Futter So muss das Muss wahrscheinlich nur zwei weitere Beets erfüllen Da vorne So Die Tribbles sind fertig Wissen wir nicht Äh geht nicht Äh geht nicht Schmeiß ich den da einfach so rein So Oh hier wird schön Rock Slimes Scheiße Wo geht das nicht? Äh Schade Kann man hier irgendwie Die Nein das ist ein Coaster Schade ich dachte man könnte Irgendwie den automatischen Feed Ein bisschen Upgraden Weil die Hannis Sind wieder Sind wieder Willkommen Finanziell gesehen Springen Springen wir mal am nächsten Morgen Run to Ranch Schade Schade ich Schade ich Hier zu viel holen Hier zu viel holen Mint 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 Port So So Das hat noch genug Zack Und dann reicht halt So Hier wird mir die Futter snacken Hier wird zwölf Tut Zack 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 Jetzt ich frage ob ich in zwei Gärten anlege Einfach doppelte Ausbeute zu haben Ich glaube ich einfach machen Alle Hühner habe ich eh keinen Bock braucht Zack Und noch im Garten Zack Wenn ich da oben anfangen Oh ne ich werde erstmal hier Airnetz Das ist spannend Zack Airnetz Zack Airnetz Zack Und werde ich hier anfangen Und zu run das Da sind fünf Da ist noch nix Da sind fünf Da hab ich noch nix gekriegt Die auch nicht Das ist aber der letzte Und ich mit ihm Zurück Holen wir einen Bodychecker ab Zack Hier seht ihr schon 13 und 33 sind die aber Ein bisschen neues haben Reicht das Jetzt schlafe ich nochmal Das war sehr lange Aber Aber Ziel ist es Das letzte Ranch aufzubauen Der hat natürlich jetzt viel 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 mehr Weil das ein Neutron hat Und Das baut halt an Zack Da Minze Da Herz Das Er bekommt Und das da Ja das da So Warte ich mal bis ich ein bisschen eingesackt wurde Hier sind wir 24 Läuft Danke Rocks Guck mal Rocks Steigt wieder Obwohl ich sehr viel hab Und ich mach mal hier So Tank Power Gibt noch Wasser tanken Jetpack Das Habe ich aber keine Ahnung House Energy Okay ein bisschen besser sprinten Pulse Wave Der fällt halt ein bisschen fern Das ist jetzt Naja Heart Heart Duel Geht halt ein bisschen Herz hoch Und hier geht Power hoch Kann man halt nach und nach auch machen So So Primäres Ziel wird's jetzt sein Mein Garten voranzukriegen Jetzt können wir nämlich bis zu 30 Proch Proch nehmen Und machen wir jetzt erstmal überall mindestens die Neutral Dürfen 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 Zack Tag 9 So Gehen wir hier 15 ab Ich glaube ein Sprinkler wird das auch nochmal erhöht Kann man mal kurz gucken Sprinkler Sprinkler ist Blblblbl Crops abblblbl Water make him grow Trice as fast Okay das macht ihn ein bisschen Schneller Und das Das Erholt aber Du brauch' ich nicht Okay Zack Okay Aber das erste Ernte Das Ernte fährt immer bescheidener aus Werde gemerkt So Aber Da ist schon mal wesentlich mehr Das hat was wir sonst kriegen Jetzt könnte ich noch gucken Dass die halt beide nur noch sie kriegen Sind die bisschen chilliger drauf Kann man auch noch machen Zack Lass die schon mal ab Lass die schon mal ab Dann haben wir ihn nach und nach gefüttert Hange geht runter und range geht hoch So So Fangen wir hier Den Sprinkler Oder Ne Tun wir mal was fürs Ego Jetpack Und Power Kann wir jetzt noch nicht Wartet Ausdauer Ausdauer Regen Ausdauer